ja der ist da aber ich habe hier mk joko keine ahnung dass ich dann an die dinge habe ich bohren ich kann mir alle skins machen weil ich habe gerade hier den letzten sind und du bist ich danke tja twitch ich würde mal sagen da habe ich dir ein bisschen was weggefressen ein gegner wurde getötet naja du kriegst über die erfahrungspunkte wer geht alter mich eigentlich ficken oder was renn das musste ich noch machen das war mir zu egal ich so jetzt habe ich noch mal zehn prozent abklingen zeit verringerung problem ist nur wir haben ja richtig beschissene trecks gegner ein wenig so jetzt brauche ich über 1000 damit ich überhaupt mal wieder auf den stand komme ich bin dabei nein bitteschön bitteschön bin fast tot ich bin fast tot gib mir deckung erstmal eiskalt hier hinlaufen soo k müssten wir langsam mal rabatt aus todes hau bekamen aber nur langsam sie haben hier bei mir ein 7 8 wo wirft die ihren schweren so triffst du irgendwann mal einer ich schreibe gleich blies english das ist ein englisches spiel und er redet man bekannterweise englisch da drüben ist was hinter uns okay ich habe gedacht dass ich jetzt du bin dort auf der stelle aber das war gerade irgendwie doch nicht so kommen die nur noch hinter dir aber ich weiß gar nicht wo ich zuerst hin soll ich muss ich muss weil wenn die mich killen haben sind es fast aber nur fast da haben sie so gut wie dann holen wir uns noch das stimmt wir könnten die in der mitte ablenken und einer pusht ich trau mich da nicht mehr so wirklich weil ich so viele deaths schon habe ich glaube aber da kommt ja was von hinten er kommt da jetzt also ein teamfeld gewinnen wir wenn ich mich rein stelle schon zehnmal gestorben ich bin doch im support so erster item haben wir schon mal nichts zweites heute ist ja sonntag gell es steht 47 zu 47 sag mal habe ich den twitch eigentlich schon ver- oh ne den habe ich noch nicht outfarmt schade der blubuff ist auch da ja brauchst du einen? was? ne er sieht nicht noch nicht so aus blubuff nehme ich naja da kommt schlecht jemand gewichter da oben passt auf der kriegt mich nicht mich auch nicht weil er in die falsche richtung brennt der Gegner hat einen jump top komm den holen wir uns oh jetzt geh ich da nicht mehr freiwillig so hin geh da gerne freiwillig hin oh ne konnte ich einmal angreifen ich auch nicht nein lass uns die kohle kratzen nein was war denn das jetzt wo wir hin alter der tut voll damage höh hab ich jetzt nicht so ganz verstanden wieso bin ich tot wieso bin ich tot gewesen wieso lief der das game unser bester spieler hat das game gelieft und ich muss mal pissen alter noch ein französisches ding ich hab ja nichts gegen die leute aber in spielen haben sie sich es an zu gewöhnen englisch zu sprechen das ist nun mal so das ist nun mal so Achtung ne Welle ja der rennt aber vorher da ran deswegen lauf ich immer in der nähe vom tower rum hast du was getroffen naja naja ich glaub so wir müssen die nur alle auf einmal ausschalten du mit deiner ulti ich mit meiner ulti läuft doch naja dazu müssten sie aber ein stück näher kommen naja dazu müssten sie aber ein stück näher kommen boah ist die gelähmt hinter dir hinter dir Hilfe da kam nur Ulti und okay die aufnahmen nämlich ach das interessiert keinen schwanz ja das war ein bisschen lustig aber das war ein bisschen ich weiß aber das ist mir egal ich habe nämlich jetzt Geld bekommen ich brauche ein bisschen Rüstung ich brauche gegen die Typen ein bisschen Rüstung fällt mir gerade auf ach ja ich brauche ein bisschen Rüstung ich brauche gegen die Typen ein bisschen Rüstung fällt mir gerade auf Alter wieso habe ich mein Mikro eigentlich gerade verschoben muss ich mich gerade fragen mein trinken ist leer na toll in einer Minute und fünf Sekunden wie spunt der da muss nur aufpassen dass die nicht zu Baron gehen da haben wir es komplett verkackt ich geh mal lubi lubi mal Nein keiner da gut aber ich wollte da jetzt mal kommt einer ah komm ja das ist jetzt nur sie da fehlt noch was fehlt noch ganz schön was jetzt sind wir einer weniger im Teamfight mhhh 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 du musst mhhh 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 Nein ich wollte E drücken mhhh äh fick dich garantiert nicht weißt du was so nice ist das war dass die zeit zum tippen haben und dafür aber nicht fürs spielen das finde ich interessant jetzt haben wir gewonnen aber wenn du gut bist und du kriegst die armen tower verloren weißt du an alles denken war an die gegner an die sanders an jenes aber an die fucking minions denkt kein schwein aber wirklich kein schwein hat jetzt an die minuten gedacht ja die minuten sind okay so ist es ja das war's so schuld hat mich schon mal nicht report als zweites beende ich jetzt bei mir die aufnahme also ja